nein wieso 15 26 was ist los war doch nicht so schlecht vorhin ja ja mit falschen mit 0 10 2 zeigt die zeigt hat ihre schokoladen seite und ich bin auch sechs mal gestorben ich bin für mich bist ein tank da kann man sich immer drauf und darauf ausrehen hast du was die 250 du bist hank ist okay ist okay okay ganz vergesst er hat auf jeden fall nicht ability power geskillt ja so wenig schaden jetzt gemacht hat hat er hat aber ja drückt ab sie ist ja was er für items ja ja aber ich kann jetzt gar nicht komisch dass er so wenig schaden macht ja dann ja was macht denn der dritter mehr da der stirbt doch hier gibt es doch nicht boah oh mein gott ich sag mal dieser taunt ist halt wirklich heftig ich sag mal können wir fast aufgeben ja danke bis fortune es hat mich nicht gefreut mit dir zu spielen aber ich sag mal kann man aufgeben ja das ist halt der mensch der kommt da okay die geben nicht auf ja gut dann gebe ich auch nicht auf wie will er revolution ey nichts keine revolution nein warum gibt es nicht war untersagt untersagt ja okay gut dann geh hoch ich wieder wenn du das möchtest ich hab mir wahrscheinlich voll die falschen items gekauft für den diesmal also ich bin noch beim kaufen soll tank items ich bin beim kaufen noch so ein bisschen planlos ja du ja ja aber nächstes spiel wird es hoffentlich besser dann ja bestimmt deswegen was mit tank items kaufen soll glaube ich also was mehr rüstung gibt ja wäre glaube ich besser gewesen lol wie lächerlich er jetzt gestorben ist aber der ist nicht so schlecht glaube ich wäre der nautilus der tritt am Meer achso der was gerade so lächerlich gestorben ist der ist auch lächerlich gestorben ja ja ich sag ja wir haben lächerlich wenig wards hier das ist das problem wir sind halt blind ja die vergesse ich auch immer ja der Timo hat halt auch keine gelegt wenn der Timo irgendwie dann würde er beim drachen vielleicht einen legen nö brauchen wir nicht da ist er oh der Turm oben ja ja ich geh da mal hin alright wir pushen jetzt zu 5 top lane boah was für ein master plan ja super ne super plan hab ich mir kurz eben zusammengeschraubt den plan sehr gut da gibt es zumindest noch ein bisschen geld wenn ich hier oben weiter die kaputt schlage ja das 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 bestimmt oh jetzt bin ich aber auch beim level irgendwie kurz bisschen hinten aber gut ich bin noch ein paar mal gestorben ne Mistreizern ja die Mistfortune zeigt ja sie ist jetzt wieder ran sie geht alleine schon wieder ja also jetzt geht sie auch noch maa jetzt geht doch der andere ah sie warum geht sie auch alleine sie ist halt der schwächste sie ist halt der schwächste ja bisschen panne ne ja höh 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 wie der die ganze Zeit kaputt schlägt alles ja mit seinem riesigen Anker mit seinem Anker okay das sieht wirf es doch halt mit Andeutungen um dich mit seinem riesigen Anker ja ist das schon Andeutung genug hier oh ja kommt drauf auf den Versautheitsgrader was ist das oh ich ich komm zu dir ich komm drauf zu dir weil ich ja ich lauf doch schon ach ey ja okay ich hab den einen noch bekommen ja zumindest das aber boah ich weiß noch nicht Nautilus grad so ein bisschen anstrengend für mich zu spielen ja komm ja Aram ist er gut ja er ist auch sonst nicht schlecht aber er ist halt er ist halt wirklich anders zu spielen genau und Aram können wir auch mal wieder machen ne können wir machen ja dann lernt du halt die Charakter deswegen mag ich Aram so können wir eigentlich mal öfter machen ja ja genau weil dann gibt's doch kein hey spiel mal einen anderen Charakter weil dann kriegst du halt die kannst dich auch so ja ist halt nur leicht am Anfang wenn man erstmal nur einen spielt weißt du dann um überhaupt reinzukommen auch in den Rest was ist denn los hier ah da bin da bin ich doch wieder jetzt mach ich richtig Stress hier ich probier den mittleren Tower ja schaffst du noch jawohl ja gut der Tower ist gefallen ja hat mir auch sehr gefallen so da bin ich schon wieder ok da drinnen hat mir den Drachen gemacht kannst du in die Mitte kommen oh geh weg Heilung für dich mein Junge danke los töte ihn sehr schön ja ich war ich war geblendet lol beide tot ja ja ich war geblendet lol der schießt die ganze Zeit auf mich und ich kann nix machen lol ja gut er ist auch gestorben ja ja gut aber ich hätte ja noch mal mit draufhauen können dann aber ich bin halt hab mich schnell verpisst nee ich wäre gestorben ich bin er hat halt so ein Scheißgift was dich halt runterzieht na ja und da er halt wie viel hat er 10 5 2 hat unsere Fortune hat 0 13 3 ja ich hab 2 7 2 ja fuck it besser als die Fortune du musst ja nicht den Damage machen ja das stimmt du musst ja die blöde Fortune eigentlich machen weil wenn du die kannst die haut wirklich ein ok aber unsere haut nicht so tja ist das leider manchmal ne ja leider leider äh aber ich werd mir mal irgendwo ein bisschen die Fans holen die was die Fans achso so ich stirb da du veralt oh ich krieg hier gerade Schaden irgendwie lol oh 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 lauf in den Pilz rein lauf zum Pilz ja das hab ich nicht ich bin komplett gestunt ich kann nichts machen wenn der mich einmal anschaut das ist voll behindert ja ja dann taunt er dich und dann muss den angreifen was ist das achso auch nicht schlecht ja ich meine er ist halt auch nicht gerade einfach zu spielen das muss man auch sagen ja also ich kann ihn nicht aber das heißt ja nix ja super so könnte ich mir den jetzt nochmal holen hier vielleicht das mal ja los komm 13 Sekunden noch dann bin ich wieder da yeah yeah kennst du eigentlich Konfetti TV nee gab's die dort schon nein gell das war jetzt regisches Fernsehen denk ich mal ja Rolf Rüdiger kennst du auch nicht nee wieso was macht der denn so das ist so ne Ratte so ne Rattenpuppe hat jeder Ratte scheiße gelabert das ist im Fernsehen damals bei uns gelaufen okay ja Tom Turbo kennst du auch nicht oder nee das ist so das das tollste Fahrrad der Welt Tom Turbo ja das war so ein so ein Detektivfahrrad was geredet hat und hat halt wie viel 1100 Tricks oder so hat er das lol gesehen hast du in seiner ganzen Serien immer nur so drei oder so weil es immer dieselben waren aber ich hab ja war halt schon cool ah ich muss 50 Gold abwarten das ist viel das ist viel ja und ich muss sterben jetzt weil jetzt muss ich ihn wieder angreifen und bin tot er ist super behindert ey tja nee also also gegen Rammus komm ich mit Nautilus gar nicht klar naja das ist auch bestimmt der liegt doch voll wahrscheinlich deswegen weil er 11 4 8 10 hat ja gut plus 292 aber das war jetzt nicht um die schlecht zu machen sondern halt generell du konntest halt auch nicht gescheit farmen ne der Timo kommt und du bist weg same to me tja 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 tja